Das VR-Drehmaschine-Projekt gehört zum XR-Labor der Hochschule Anhalt. Im Jahr 2020 haben Professor Johannes Thümler und Professor Daniel Landenberger damit begonnen, ein Praktikum aus dem Maschinenbaumodul Spanende Fertigung mit der VR-Technologie zu kombinieren. Das Virtual Reality-Drehmaschine-Projekt war damit geboren. Das Projekt hat bisher drei Phasen durchlaufen. Dadurch gibt es mehrere Versionen des Projekts, die auf verschiedenen Plattformen laufen können. Die Ausgangslage ist ein 3D-CAD-Modell der Drehmaschine. Dieses wurde von Professor Landenberger bereitgestellt. Der Maschinenbaustudent Herr Ksu hat mit der 3D Engine Unity wichtige Funktionen der Drehmaschine durch Programmcode realisiert. Es entstand eine VR-Simulation der Drehmaschine, die Studierenden bedienen die Drehmaschine durch Bewegen der Hebel. Die VR-Drehmaschine kann mit entsprechender Drehzahl, Vorschub und Geschwindigkeit arbeiten und diese live verändern. Außerdem können die Studierenden die Messerposition direkt durch Drehen des Handrads einstellen. Das Interaktionsverhalten mit dem Simulator entspricht weitgehend der Realität. Durch die Corona-Pandemie mussten reale Praktika entfallen. Das VR-Drehmaschine-Projekt war eine gute Idee, jedoch haben die meisten Studierenden keine VR-Geräte zu Hause. Daher wurde in der zweiten Phase das kostengünstige Google Cardboard als Ersatz für teure VR-Systeme ausprobiert. Viele Studierende könnten so die Drehmaschine einfach erleben und selbst zu Hause üben. Während dieses Berufspraktikums erlernte und verwendete Herr Ksu Unity und viele Toolkits für Android. Weil das Google Cardboard nur eine einzige Taste für die Interaktion hat, wurde die gesamte Interaktion der ersten Projektphase durch Herr Ksu geändert. Eine Anleitungsszene für das leichte Erlernen der Bedienung wurde erstellt. Die Spieler wählen Objekte mit dem roten Kreuz in der Mitte des Bildschirms aus. Die Interaktion erfolgt durch Klicken auf dem Cardboard. Die niedrigen Kosten von ca. 5 Euro für das Cardboard und die einfache Bedienung ermöglichen es mehr Menschen, das VR-Drehmaschine-Projekt zu erleben. Die dritte Phase des Projekts zielte auf eine verbesserte Benutzungsfreundlichkeit und Professionalität für den Einsatz in der Lehre. Durch Herrn Ksu wurde der Entwurf und die Implementierung neuer Anleitungsbildschirme abgeschlossen. Die Arbeitsschritte werden nacheinander in der richtigen Reihenfolge gezeigt. Außerdem wurden Bilder hinzugefügt, um dem Spieler eine bessere Vorstellung davon zu vermitteln, was er zu tun hat. Der freie Austausch des Drehwerkzeugmodells wird in der Simulation realisiert. Die Komponente SnapDropZone aus VRTK wird verwendet, damit Studierende besser erkennen können, an welche Stelle Objekte bewegt oder gelegt werden. Außerdem hat der Shibi-Tabellen der Ansatzrichtwerte hinzugefügt, da diese auch im realen Praktikum notwendig sind. Untertitelung des Drehwerkzeugmodells Eine weitere sehr wichtige neue Funktion ist, dass die Spieler auf die entsprechende Taste klicken, um den Zustand des Werkstücks speichern, lesen und zurücksetzen zu können. Dies ermöglicht es dem Spieler, im Falle einer falschen Aktion einen neuen Versuch zu starten. Abschließend ein herzliches Dankeschön an alle, die beim VR-Drehmaschine-Projekt mitgeholfen haben.